Hallo und herzlich willkommen zur Sauer Digitalmesse 2022. Jagen heißt Verantwortung übernehmen und Verantwortung tragen natürlich auch Traditionsunternehmen wie JP Sauer & Sohn, die sich in einem Spannungsfeld bewegen aus Innovation und Tradition. Wie die Firma damit umgeht und welche Neuheiten es gibt, darüber spreche ich mit Julian Wengmeier. Er ist Geschäftsführer von JP Sauer & Sohn. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. 270-jähriges Jubiläum, das habt ihr letztes Jahr gefeiert. Weißt du, was ich mir schwierig vorstelle, ist so die Balance zu finden zwischen der Aufgabe, Innovationstreiber zu sein, aber natürlich auch der Traditionsmarke gerecht zu werden. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Es ist nicht ganz einfach für ein Unternehmen wie uns. Wir hatten eine sehr lange Geschichte, sehr viel Tradition und das erwarten die Kunden ja auch immer wieder von uns. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch immer am Zahn der Zeit bleiben und uns Technologien nicht verschließen. Neuen Fertigungsmöglichkeiten, Fertigungsmethoden müssen wir einfach immer auf neuestem Stand bleiben. Und da die Balance zu finden, wie lassen wir neue Technologien einfließen und gleichzeitig bewahren wir unsere Kernwerte der Marke Sauer. Das ist in der Tat ein schwieriges Feld, aber wir schaffen es doch immer wieder, genau unsere Werte neu zu interpretieren, auch mit modernsten Fertigungsverfahren und mit neuen Trends und Technologien. Gibt es denn da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, da ist es uns besonders gut gelungen, das zu vereinbaren? Also was mir da sofort natürlich in den Sinn kommt, ist zum Beispiel der Stutzenschaft von unserer Sauer 404. Der Stutzen als Schaftform super traditionell, hatte aber in der Vergangenheit immer seine Probleme, wenn es darum geht, Wetterstabilität, witterungsbedingte Anpassung des Holzes, dass man das Laufanlage gab, wenn der Schaft nass wurde, dass das Holz arbeitet, ist natürlich ein natürlicher Werkstoff. Und da haben wir die Möglichkeit gefunden, in Zusammenarbeit mit der Carbon-Technologie im Prinzip diese Probleme, die der Stutzenschaft mit sich gebracht hatte, auszumerzen, indem man ihn innen stabilisiert hat, wie man hier sieht, eine komplette Karboneinlage im Stutzenschaft, der den ganzen Schaft versteift und dadurch eben dieses Arbeiten des Schaftes verhindert. Und somit hat man auch bei schlechten Wetterbedingungen und vor allem die Tage danach, Wochen danach, nicht das Problem, dass das Holz arbeitet und es dann zu Problemen bei der Laufanlage und dadurch bei der Trefferanlage kommt. Und Jagdwaffen unterliegen natürlich, wie alle anderen Dinge auch, bestimmten Trends. Vielleicht, wenn wir da mal so ein bisschen drauf schauen, zum einen, du hast es jetzt gerade schon gezeigt, Carbon ist natürlich ein großes Thema, aber auch solche Dinge wie Integralschalldämpfer. Was sind denn noch Trends aus deiner Sicht, die jetzt entscheidend waren in den letzten Monaten? Also ich sage, da hast du die größten Trends auf jeden Fall schon genannt. Klar, erst kam nach dem Holzschaft der Kunststoffschaft, was über Jahre dominiert hat. Der Trend ging immer weiter zum Kunststoffschaft, bis dann das Thema Carbon wirklich in aller Munde kam. Durch die Gewichtsersparnis, die Robustheit des Carbons, einfach ein hoch innovativer Werkstoff oder auch wirklich in die Jagdwaffenbranche Einzug gefunden hat. Dann das zweite Thema, was du auch schon erwähnt hast, natürlich Schalldämpfer. In Skandinavien und in anderen Ländern schon seit Jahren und Jahrzehnten verbreitet und möglich, Schalldämpfer auf der Jagd zu führen. Bei uns erst seit einigen Jahren ist natürlich ein Riesenthema. Es geht um Lärmbelästigung, Schutz des eigenen Gehörs, wo dann eben kein Gehörschutz mehr nötig ist, sondern man kann auf der Jagd sein natürliches Gehör nutzen und muss nicht beim Schuss Angst haben, dass man es schädigt. Gleichzeitig die Vorteile des Schalldämpfers, beminterter Rückstoß, weniger Hochschlag, geringeres Mündungsfeuer, also die ganzen Vorteile überwiegen und das setzt sich immer mehr durch auf der Jagd. Und das sieht man, dass diese beiden Themen sind große Themen momentan, die uns sehr, sehr arg beschäftigt haben die letzten Jahre. Und da wird auch die Entwicklung noch deutlich weitergehen. Das eine ist natürlich der Trend, das andere ist der persönliche Geschmack. Wie ist dein persönlicher Geschmack? Also ich bin da hin und her gerissen. Zum einen bin ich da sehr traditionell unterwegs. Ich finde es schöner wie ein super gemaserter Holzschaft. Das bewegt mich, das fasziniert mich, das schaue ich mir gerne an. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem auf der Jagd gerne modern unterwegs, innovativ unterwegs und sehe dann doch die Vorteile eines Carbon-Lochschaftes gegenüber einem normalen Holzschaft, wenn es auch um die Ergonomie geht beim Schuss. Und man schießt ja auch mal auf weitere Entfernungen, wo das dann wirklich zum Tragen kommt. Von dem her wandle ich zwischen den Welten, zwischen Tradition und Moderne. Und ich glaube, das ist genau das, was wir gerade mit der Marke Sauer immer wieder tun und das, was unsere Produkte dann auch rüberbringen. Also du hast ja gerade schon ein bisschen von Holz geschwärmt, muss man sagen. Und ihr habt ja jetzt auch in puncto Schafthölzern eine neue Idee entwickelt. Absolut. Wir wollen das Thema Holz auch wieder aufgreifen, weil es eben so ein emotionales Thema ist. Und wir merken schon, dass Holz nach wie vor gefragt ist bei unseren Kunden. Gerade bei Sauerbüchsen, wo eben diese Eleganz und diese Tradition so eine wichtige Rolle spielt. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, wie wir das Thema Holz neu aufgreifen müssen, den Kunden wieder näher bringen müssen. Und deshalb werden wir da in Kürze unser Online-Schaft-Portal vorstellen, wo der Kunde wirklich die Möglichkeit hat, den Schaft individuell zu betrachten. Und wenn er dann einen findet, den er gerne hätte, der ihm gefällt, dass er den dann wirklich auch kaufen kann und an seine Waffe bauen kann. Euer Claim ist ja, Gewehre für Generationen hinter uns an der Wand. Da sieht man einen alten Sauer-Drilling, der dir gehört. Und das ist eine tolle Geschichte, finde ich, die dich und diesen Drilling verbindet. Magst du dir mal erzählen? Ja, sehr gerne. Also den Drilling habe ich von meinem Opa damals geerbt. Den hat er mir überlassen, als ich den Jagdschein gemacht hatte. Er war damals schon in hohem Alter und konnte deshalb nicht mehr auf die Jagd gehen seit vielen Jahren. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich sein Drilling bekommen habe und habe den dann auch komplett aufarbeiten lassen, neue Zieloptik drauf, die Oberflächen überarbeiten lassen. Und der Drilling hat mich wirklich die ersten Jahre meines Jägerlebens begleitet. Ich habe ausschließlich mit dem Drilling gejagt. Und wenn ich überlege, welche Jagderfahrungen mein Opa schon damit gesammelt hat und ich habe ihn heute noch und nehme ihn ab und zu immer noch mit, finde ich, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wie es der Zufall so will, spiegelt es genau unseren Claim wieder. Ja, und es gibt ja immer mehr Menschen tatsächlich, die den Jagdschein machen, die jetzt nicht wie du zum Beispiel durch den Opa vielleicht schon so ein bisschen in diese Richtung geschubst wurden, sondern die einfach durch die Themen Nachhaltigkeit und Ernährung zum Jagdschein kommen. Und da sind natürlich auch ganz viele Frauen mit dabei. Und ihr habt ja speziell für die Frauen jetzt die Artemis-Linie entwickelt. Genau, wir waren da auch bei Sauer wirklich Vorreiter. Das war damals noch, als ich noch Produktmanager war bei der Firma Sauer, haben wir mit einer Gruppe von Jägerinnen schon den ersten Artemis-Schaft entwickelt, den es bis heute gibt im Portfolio. Und das hat sich da sehr, sehr gut etabliert. Und das ist jetzt einige Jahre her. Und man sieht jetzt eben, wie du gesagt hast, der Weg zum Jagdschein kommt aus allen möglichen Richtungen. Also sei es die Nachhaltigkeit, die Ernährung, aber gerade auch die letzten zwei Jahre, glaube ich, die uns sehr beschäftigt haben mit Corona in der Pandemie. Die Leute waren viel draußen, viel in der Natur, beschäftigen sich damit und sind einfach gern draußen. Und man sieht jetzt eben klar die hohen Jungjägerzahlen und den sehr, sehr stark wachsenden Frauenanteil, der uns in unserem Weg bekräftigt, den wir damals schon eingeschlagen haben, da jetzt auch wieder wirklich weiter uns zu entwickeln und eben unsere Produkte dementsprechend auch anzupassen. Wird es irgendwann von Sauer einen geradezug Repetierer geben? Das wird es nicht geben. Ich glaube da, auch wenn da am Markt momentan sehr, sehr viele Trends sind und sehr, sehr viele Hersteller in diese Richtung gehen, Sauer ist und bleibt ein Winkelzug-Repetierhersteller. Wir stehen für Repetierbüchsen in der klassischen Bauform und für das klassische Repetieren. Und da wird sich in nächster Zeit definitiv nichts ändern. Dankeschön, Julian. Und es gibt ja noch viele weitere Neuheiten von Sauer. Ihr habt vorab ja schon was produziert, du zusammen mit deinem Team im Sauer Showroom. Und da sieht man ganz schön in den nächsten Tagen, ab morgen beginnt es, wie Sauer es schafft, den Bogen zu spannen zwischen Tradition und Innovation.